Hallo Leute, zu einer weiteren Folge, ich darf nie eine richtige Antwort machen, ne? Leute, ich darf nie eine richtige Antwort machen in diesem Spiel. Wir spielen nämlich Marocada Deluxe. Servus und Willkommen. Ich bin mein Drachenlord. Hey Leute. Okay, wenn wir beim Drachenlord sind, dann spielen wir die große Drachenbauer. Also, ey, wenn ich dir abonniere, ich spende dir nix mehr. Wenn die Map jetzt kommt, spende ich dir nix mehr. Hab ich Glück gehabt. Oh, ich will aber auch eigentlich diese scheiß Regenbogenstrecke nicht spielen. Ich habe, glaube ich, bisher jedes Mal eine von den beiden Regenbogenstrecken genommen. Die andere hätte ich genommen, aber die hier nicht. Ja doch, ich finde die aber auch ganz gut. Also, man muss halt sagen, wievielte Folge ist das jetzt in dieser Session? Keine Ahnung, paar. Vierte ist das jetzt. Vierte, oder? Für euch vierte, äh, dritte. Und, ey, so viel Regenbogen im Verhältnis zu allen anderen Sachen ist schon krass. Ach, Feuer, Neo. Wow. Was soll das? Ach, warum fahre ich jetzt so? Wobei, das ist gar nicht die, wo ich gerade dachte, dass das die ist. Die ist eigentlich in Ordnung. Ey, Neo! Und ich krieg schon wieder kein Item. Stimmt. Und da ist ne Bombe, Alter. Alter, ne Bombe! Oh, ich... Komm, ich hab die... Alter, leck mich! Wow! 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 Oh, Alter, hat mich Neo fast runtergehauen. Weil sie blöd im Weg stand, ey. Der ist der Zeige schon wieder mitten drin, ey. Oh, der ist der Zeige runtergeplumpst. Dankeschön! Kann die rote mal ankommen? Ah! Hoffentlich kommt die Blower noch an. Jo, aber nicht bei mir! Wuhu! Hey, da hört gerade dann der Stern auf. Ja, dafür hab ich's runtergefunden, Neo. Das heißt... Komm schon! Ja, gut, weiter. Och, Neo, was hast du getan? Ach so los, Neo. Ich bin einmal runtergefallen und dann war ich schon zu spät. Hehehehe. Okay, komm. Also... Nehmen wir den. Hatten wir den... Wir hatten bestimmt irgendeine Strecke noch gar nicht. Babypark. Beide gefahren. Definitiv. Die auch, die hat Farmo letztens gewählt. Kann mich nicht daran erinnern, dass wir Babypark jemals gefahren haben. Ja, ne, ich muss auch noch machen. Hehehehe. Danke! Schöne Mäpfer! Ja, so, ja. Und dann kommt wieder Excite. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir Excite bald jemals gefahren sind. Hehehehe. Aber Wario Abfall. Ne, das sind wir doch gar nicht... Doch einmal, glaube ich. Einmal. Einmal. Hösen. Ich seh die Spuren direkt vor mir. Babypark, wir sind noch nie im Leben mehr als 10 Minuten schon auf Babypark gewesen. Ja, Babypark. Liegt vielleicht daran, dass jedes Mal nur eine Minute dauert. Aber das ist eine andere Sache. Ja genau, erstmal ohne Item hier. Kenn ich aber auch. Können wir mal machen. Nein! Nein! Ach, komm schon! Die Map verändert sich immer so ein bisschen, oder? Äh, es gibt zwei verschiedene Versionen davon. Da verschwindet er. Ach, genau! Und dann fährt er in mich rein mit seiner scheiß Krön. Ja, wow! Es ist... Es ist kacke, Mann! Ja, wow! Ja, wow! Ihr seid doch scheiße, Mann! Ja, Mann! Hä, was hab ich denn gemacht? Warum bin ich denn scheiße? Josh ist besonders scheiße. Also, wenn dir irgendwas an mich stört, dann kannst du mir das ruhig sagen. Ne, oder so. Ja, wow! Au! Wenn man nicht mal... Ja, was hört denn jetzt der scheiß Stern auf? Wenn man nicht mal selbst daran schuld ist, dass man scheiße fährt. Nein, Neo! Nein! Tu es nicht! Wenn man nicht mal selbst daran schuld ist. Oh, Mann, ey. Ich bin das ideale Rennen gefahren und ich habe so viel abbekommen. Hat man echt gesehen, ey. War es wirklich gut ein Ball da vorne mit Sager. Dann ging es los. Dann kam auf einmal die erste rote und dann war es plötzlich die zehnte rote. Und dann habe ich nicht mehr mitgezählt. Wurde es zensiert. Ja, wir sind da ganz selten gefahren. Auf einmal vielleicht. Ich versuche meine Strecke bestimmt schon zum zehnten Mal in dieser Aufnahmesession auszuwählen. Und es hat nicht funktioniert bis jetzt. Mann! Mein Bär dampft aus dem Arsch. Oh nein, ich habe den Punkt verpasst. Scheiße. Ach, deswegen dampft er aus dem Arsch, oder was? Hast du nicht getroffen? Ach, Mann! Nein! Was tut ihr mit mir? Ey, du bist mit ihm reingefahren. Da kann ich nichts für. Danke, Manu! Wow! Der Bumerang. Du bist halt wie im Echten neben. Du fährst auch noch mal da hinten rein, ey. Wuhuuu! Wir zahlen schon wieder 10 Kilometer weg. Ja, kann sich ganz schnell ändern, also. Man kriegt schon wieder krasse Items hier. Ach, komm schon. Nein. Du bist so viel ohne Münze und jetzt werde ich abgeschossen. Ja, gleich zweimal abgeschossen, ey. Ach Mann, ich kann einfach nicht fahren. Ey, das ist so scheiße hier. Ja, zähl mir doch keinen. Ach, als ob. Hey Neo. Die Rote irgendwo gegen fährt und nichts ist. Irgendwann muss ich... Du musst einfach mal ein bisschen ausprobieren beim Setup, so. Ich musste auch mal ein Rennen gewinnen. Ich musste auch das mal ein perfektes Setup so finden. Ich hab auch mehrere Fahrzeuge und alles aufgeliert. Ich will was anderes haben. Ey, ohne Spaß. Die vierte Rote. Noch ne... Fünf... Fünf Sche... Ich krieg ne Münze. Fünf... Ey, dieses Spiel ist so unfair. Feuer Neos. Jetzt bin ich... Jetzt war erster und jetzt bin ich vierlei. Die letzten Runde. Ganz schnell war erster. Du bist ernsthaft vierter. Ja... Wenn man hinter Neos ist, ist schon halt echt ne Demütigung. Ja, und deswegen wird der Neos jetzt erstmal überholt. Mann! Genauso wie der Manu. Boah, die Bananen-Snipe sind wir. Wuhuu! Boah, Manu verhängen die Banda! Nice try! Oh, warte. Kurz vor der Rekordeinstellung. Oh, ist er, Tobia, soweit? Hatte ich lange nicht mehr. Folge 2! Dann kommt man immer Neos mal an der Strecke. Hatten wir wirklich keinmal danach? Boah, Zarge sind auch nicht so ne böse Strecke. Jetzt nehm ich halt nicht so ne böse Strecke. Ich tücke siehste, kenn ihn. Neos Lieblingsstrecken stehen die gerade. Ach so! In den Park. Ach, die kann gehen. Ja, das wusste ich nicht. Das war jetzt knapp. Ja, geil. Wird sowieso nichts, Mann. Ach... Du warst mit Absicht und Versehen. Was, bei mir? Das ist schon ne sweete Strecke, muss man sagen. Naja, doch. Ich find die echt ganz gut. Ich bin eigentlich auch Fan der Strecke. Die ist halt so zockersüß. Sweet! Bin zu spät gedrückt. Fast nicht so süß wie Neo, wenn er sein Mikrofon in den Bildschirm rammt. Boah! Nicht auf... Nicht auf dieser Strecke, ne. Das ist aber schon richtig süß. Die ist schon zu süß dafür. Nein! Nicht in der Luft, nein! Nooo! Jetzt liegt Neo hier richtig los. Jetzt ist er mad. Wenn Neo gewinnt und Manu letzter wird, dann ist wieder Teil der Driller, ne? Als ob ich gewinne. Wie wahrscheinlich ist das denn? Nein! Wenn du jetzt mal richtig loslegst hier... Jaaa... Oh, boah! Mit deinem... Ausweichmanöver hier gerade gegen mich. Was? Von wo kam das der Boomerang? Der kam von mir... Von ganz hinten. Neo, friss! Boomerang wirft mal aus dem Ziel ein. Willst du mich verarschen? Dankeschön. Genau... Genau sowas hat er gerade auch von mir. Wow! Ihr seid doch alle scheiße, Mann! Ich auch? Ja, du auch. Nein! Ich bin aus dieser Strecke raus! Warum? Das ist mir erfasst, dass mir noch nie passiert. Wettbelastend. Boah! Jaaa... Jetzt kann auch noch eine Rode! Warum triff ich mich wenigstens vor dem scheiß Schacht? Vor welchem Schacht denn? Ja, vor dem scheiß Schuss hier. Mann, kommt aber angerauscht mit seinem... Blinky-Blinky-Sterni hier! Ich wär trotzdem letzter. Und ich krieg ne Pflanze! Und Neo kriegst ne Rakete! Nein! 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 Was ist denn bei euch los? Geh, geh! Geh, geh! Geh, geh! Ja! Kein Negativ-Rekord eingestellt! Ja, 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 ja! Schon wie? Ja, äh! Ja, schon, jetzt passiert! Alter, wie häufig ist mir das schon passiert, ey! Das kann nicht mehr sein! Boah, das schmeckt dir mal richtig gut, der Sieg hier! Danke, Lakito, dass du glattst. Ja, das ist für diese Spannung am Ende! Und bis zum nächsten Mal, Leute! Cheers! Shots out! Cheerio! No! Cheers! Cheers!